Zeitversetztes Fernsehen lässt die Reichweite schwinden. Die Concordia Krankenversicherung, Sponsor von SRF Meteo, ging deswegen neue Wege. Die Lösung, eine Kombination von Online-Spots mit einem Performance-Ansatz. Ein hoher Werbedruck sowie ein Frequency-Capping für die richtige Kontaktzahl bei den 30- bis 49-Jährigen. Direktplatzierungen im Premium-Bereich sowie eine auf die Kunden abgestimmte Whitelist sorgten für die Brand Safety. Programmatische Buchung sowie Targeting-Optionen minimierten den Streuverlust. Laufende Anpassung des Targetings und eine aktive Kampagnenführung ermöglichten eine effiziente Budgetallokation. Durch Impression-Based Remarketing wurde die Kommunikation mehrstufig. Verbrannt, missbraucht, verschwendet. Auch inhaltlich ging die Krankenversicherung unkonventionelle Wege, indem sie den unsachgemäßen Umgang mit Geld thematisierte. Die Videos kamen an, die View-Rate übertraf alle Erwartungen und die Cost-Per-View erreichten einen rekordverdächtigen Tiefstwert. Beweis dafür, dass der Content sich großer Beliebtheit erfreute und das Targeting äußerst effizient war. Effektiver könnte TV-Werbung nicht ergänzt werden. Beweis dafür, dass der Content sich großer Beliebtheit ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020